Uns begegnen Menschen weltweit. Mit all ihren Sinnen. Jeden Tag. Peterlacke. Für diese besonderen Begegnungen entwickeln und realisieren wir visuelle und haptische Lackeffekte in den Marktsegmenten Automotive, Lifestyle und Glas. Und das, damit wir die Produktdesigner nicht nur begleiten, sondern ihnen die Möglichkeit geben, frei zu gestalten. Ohne Limitationen. Denn erst dann entsteht beständige Eleganz. Um unseren eigenen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es ein Umfeld, in dem Ideen dynamisch reifen können. So ist es unsere intrinsische Motivation, einen Ort zu leben, an dem sich Menschen uneingeschränkt ihrer Passion widmen. Mit modernster Technik und einer immer weiter reifenden, nachhaltigen Produktionslandschaft. Jederzeit dabei im Blick. Die hohe Leistungsfähigkeit unserer Lacke im Einklang mit Ressourcenschonung. Durch unsere weltweiten Tochtergesellschaften und Servicestandorte sind wir ein unkomplizierter Ansprechpartner vor Ort. Dabei verstehen wir nicht nur die Sprache unserer Kunden, sondern sprechen sie auch. Von der ersten Designidee über das Master Sampling bis zur Serienproduktion. Beständige Eleganz seit 1906. Wir sind Peter Lacke.